Hallo, ich bin Susanne Weidenkaff und ich veranstalte den Seelennahrungskongress, der dies Jahr vom 29. Januar bis zum 7. Februar 2021 stattfinden wird. Er steht unter einem ganz besonderen Motto, entfache dein Licht in Zeiten der Dunkelheit. Wenn du dich fragst, wie lange die Zeit der Finsternis um uns herum noch andauern wird, wenn dir die Dunkelheit übermächtig und groß erscheint, wenn du den Eindruck hast, ganz allein dazustehen mit deiner Sehnsucht nach dem Licht, wenn du einerseits denkst, dein eigenes Licht, das was in dir wohnt, ist viel zu klein und zu unbedeutend, als dass du es in der Welt zeigen könntest, wenn du andererseits aber auch die Gewissheit hast, dass da in dir etwas ganz Großes steckt, was hinausgeboren werden möchte. Wenn dir nur noch der Mut fehlt, dich so zu zeigen, wie du bist und vor allem, wenn du endlich, endlich dich so sehr genährt fühlen möchtest und so in deine Stärke kommen möchtest, deine Seele so leuchten lassen möchtest, dass du dich traust, dein Licht hell erstrahlen zu lassen, dann schau dir diesen kostenlosen Online-Konkress an. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir alle jetzt unser Licht unterm Scheffel hervorholen, dass wir alle jetzt strahlen und leuchten, nicht nur Einzelne, auch du. Es ist so wichtig, dass auch du zu deiner Wahrheit stehst und dich so zeigst, wie du bist, mit deinen Gaben, auf die die Welt wartet und auch mit deinen Schwächen, die wir alle haben. Sei sicher, du bist das größte Geschenk für die Welt. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und wenn du dein Licht entfachst und mit deiner Fackel vorangehst, wenn du dich traust, dann trauen sich auch andere, es dir gleich zu tun, dir zu folgen und ihr Licht hell und frei strahlen zu lassen und vor allem ihre wahre Bestimmung zu leben. Sei mutig, geh du voran, geh jetzt über die Schwelle deiner Angst. Geh hinein in dein Mut, geh hinein in deine Welt und lass dein Licht erstrahlen. Gerade jetzt, in den Zeiten der tiefsten Dunkelheit, bist du wichtig mit deinem Licht, wirst du gebraucht mit deinem Mut. Verbinde dich mit uns allen und werde Teil des großen Lichtnetzes, das sich über die ganze Erde erspannt an der Strecke. Melde dich an für diesen kostenlosen Seelennahrungskongress und entfache dein Licht in Zeiten der Dunkelheit. Wir warten auf dich. Nein, das ist mein, das ist mein, dass wir dieänfsشelle Drum, wenn du dich trotterالz inines Selbstvertrag mal wiederstiehen. Untertitelung des ZDF, 2020